Sieben Farben, sieben Talente, sieben Farben, sieben Potenziale, die sieben Farben des Regenbogens. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Jede Farbe hat ihre eigene Energie und jede Farbe wirkt anders auf deinen Körper, auf deinen Geist und deine Seele. Das geschieht bewusst und natürlich oft noch viel mehr unbewusst. Wir nehmen die Farben am meisten mit den Augen auf, aber auch über die Haut. Diese Farben, die du überall sehen kannst, können dich in deinem Leben wunderbar unterstützen. Ich zeige dir an einfachen Beispielen, wie das geht, wie du das machen kannst. Und jede Farbe birgt ihr eigenes Potenzial. Wie du das nutzen kannst, kommt auch in den nächsten Videos. Ich wünsche dir alles Gute und tauch mit mir ein in die wunderbare Welt der Farben. Mach dein Leben einfach bunter. Tschüss.